Ja! Seht euch nur mein Werk an! Ich habe Feuer gemacht! Ich habe Feuer gemacht! Na, dann schauen wir mal, wie ich Feuer mache. Wie bereits in einem anderen Video gezeigt, Tampons als Anzündhilfe. Dazu dienen auch Birkenrinde, Sägespäne und Tannenzapfen. Einen Feuerstarter. Fünf Ersatzmagnesiumstäbe. Einen großen Magnesiumstab. Thema, Kochen mit Spiritus. Zwei Spirituskocher. Sicher ist sicher, falls mal einer verloren geht. Und ein passendes Gestell dazu. Einen kleinen klappbaren Windschutz sowie die entsprechende große Ausführung. Einen Hubo-Holzvergaser. Einen Hubo-Holzvergaser. Hier nur ein kleiner Auszug aus dem vorhandenen Vorrat. Zwei Adapter zum Verbinden der Bhutan-Gasflaschen mit einem Gaskocher. Die Billig-Version davon, die zumeist in der Bucht verkauft wird, taugt nicht viel. Deshalb habe ich mir auch die teure Variante besorgt. Hier eine andere Version eines Gasflaschen-Adapters. Kleiner Fülladapter zum Wiederbefüllen von Camping-Gaskartuschen. Muss man am Gelben Fluss kaufen, da das nach Füllen im BRD-Land offiziell nicht gewünscht ist. Ein kleiner Gasbrenner bzw. Gaskocher. Eine größere Ausführung mit flexiblen Schlauch. Nichts gehts, wir sehen uns beim nächsten Mal. Er ist ja nicht so, als Tadny keine Gaskocher hatte. podden wir uns geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.